Ja, unsere Seilbahngondel, unser Tiny House wird endlich rot! Die feierenden Geburtstags ist jetzt eigentlich 60-jährig und wir verlieren sie jetzt und machen sie zum schönen Rot. Also, was machen wir? Ganz einfach raus, wir bauen ein Tiny House. Aber wir bauen nicht irgendein Tiny House, wir bauen ein Upcycling Tiny House aus einem alten 45er-Gondel. Ja, wir haben das Gondeli-Abitud gekauft und uns ist versprochen worden ca. 900 kg und es war tatsächlich über 1400 kg. Also mehr als 50% mehr und wir haben gedacht, oh mein Gott. Das Gondeli ist noch schwer und wir müssen grausam abspecken. Jetzt sind wir hoffentlich superlicht und jetzt geht's auf die Waage. Jetzt wäre das so der Anhänger, 1200 kg. 1200 kg! 1200 kg! Ja, das ist super! Sensationell! Wir haben hier also Knifeless Tape und das haben wir vorhin hier unter die Folie gemacht. Da kann man ganz schön gerade Linien machen. Das sitzt jetzt so drunter und da kann man eigentlich das nur so abziehen. Seht ihr, da gibt's saubere Linien. Und dann ist das Plastik drunter weg. Cool! Ja, ihr Lieben, wir haben jetzt das zweite Akfoliert. 95% ist geschafft. Die restlichen paar Prozent geben sicher noch viel zu tun. Aber ja, wir sind mega happy. Ich bin mega happy mit der Farbe. Ich hoffe, euch gefällt die Farbe auch. Schreibt doch unten einen Kommentar darüber. Und ich möchte an dieser Stelle auch ganz herzlich den Schreiner Manufaktor Rötlisberger danken, dass wir in dieser wunderbaren Halle sein dürfen. Weil sonst müssten wir uns da draussen den Ahn abfrüren. Und ich möchte auch noch Seat danken. Sie sind von Anfang an bei diesem Projekt voll dabei gewesen, begeisterter gewesen und haben uns den Seat Taraco zur Verfügung gestellt, welches unser Tiny House überhaupt ziehen kann. Und ja, herzlichen Dank! Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Tiny House, zum Gondoli, zum ganzen Projekt, was wir damit machen, alles unten ab im Kommentar. Und ich beantworte euch das nächste Mal oder das übernächste Mal. Ja, ich freue mich auf den Daumen hoch und bis bald. Tschüss zusammen! Ja Leute, heute ist ein Hammer Tag. Ich bin in der Schreiner Manufaktur Rötlisberger. Und heute wird mein Boden hergestellt für unser Tiny House Gondoli. Und ich bin so aufgeregt. Wunderschönes Schweizer Eichfurnier. Gerade da vorne neben mir. Mega cool. Und da gehen wir schnell rein und wie das Ganze hergestellt wird. Superspannend. Ich bin so aufgeregt. Und das war dann muss ich hier auch gleich! Und ich bin so aufgeregt. Vielen Dank.